hey leute herzlich willkommen bei autoteile zimmermann heute haben wir ein knackgeräusch mit dem der kunde zu uns gekommen ist und da wir heute eine tieferlegung noch machen wollen wollen wir das knackgeräusch vorher orten weil das problem ist ja mit einer tieferlegung behauptet tesla zumindest mal verliere man die garantie aufs komplette fahrwerk ist natürlich überhaupt nicht so man verliert effektiv eigentlich die garantie nur auf eine bestimmte buchse das ist die buchse mit mein bester freund die buchse sage ich jetzt mal da gibt schon mehrere videos darüber weil die kann man nicht entspannen wie wir dem geräusch auf die schliche kommen werden dafür habe ich ja mein special gerät hier meine soundkamera das sind über 100 mikrofone richtmikrofone und in der mitte eine kamera das die vier leds hier sind zum beleuchten falls es mal dunkler wird und damit kann ich quasi schall sichtbar machen und da könnt ihr heute dabei sein ja als beispiel wie sich das geräusch anhört der kunde bemängelt es ist macht immer ein lautes metallisches plackgeräusch beim lenken im stand beziehungsweise form rangieren also nicht typisch wie model s model x durch den fehlenden spur differenzwinkel dass sie sich beim rückwärts fahren versetzen so hat ihm aber auch leider das service center erklärt die haben schlicht und ergreifend s x mit 3 und y verwechselt sind komplett verschiedene fahrwerke kann man absolut nicht miteinander vergleichen und dennis sitzt schon im auto und der wird jetzt mal für uns lenken im stand und dann werden wir uns das mal genau anhören oh habt ihr schon gehört also es kommt definitiv hier von der achsaufhängung wo genau wissen wir noch nicht dafür haben wir die soundcam so jetzt haben wir hier die soundcam hochgefahren das ist dann im prinzip das bild was wir dann bekommen sehen wir hier zum beispiel schon das ist anscheinend eine kühlmittel pumpe oder ein bisschen lärm macht jetzt müssen wir natürlich eins erst einmal einstellen und zwar die entfernung damit wir die decibel auch korrekt messen können das stellen wir hier ein und da müssen wir dann sagen hier ist jetzt natürlich nicht diese distanz von nur 32 zentimeter eingegeben hier müssen wir auf jeden fall weiter ich würde jetzt mal sagen dass wir im schnitt so circa aus 1 30 also es geht jetzt nicht genau um den zentimeter aber man sollte schon ungefähr da sein wo es wo wir es wo wir dann sind dann haben wir hier noch den frequenzbereich wir können jetzt hier den frequenzbereich hin und her schieben so erkennt er jetzt alle geräusche zwischen 950 hertz und 7000 hertz ich kann natürlich hier den messbereich weit runter stellen das hat wirklich nur tiefgeräusche erkennt ich kann aber auch hier die die range von 5150 zum beispiel bis 6000 hertz einstellen ich kann aber auch die range dynamisch machen dann macht er das eigentlich automatisch in der regel gehe ich jetzt her und mache jetzt hier so eine frequenz zwischen 2000 und 7000 hertz und ihr seht hier schon dass das so die typischen frequenzen sind wo das ding darauf reagiert wenn wir jetzt still sind zum beispiel dann geht er hier voll auf den klimakompressor so man kann genau hören wie sie arbeitet das ist dieses teil hier man hört sie man fühlt sie ganz leicht vibrieren aber so ist es natürlich eine eindeutige geschichte so und jetzt dennis lenkt mal bisschen langsamer müssen wir mal außen rum hier mal ein kleines aufblitzen gut den ganzen speichern wir jetzt mal kannst aufhören dennis und jetzt haben wir hier sehen wir genau im muster wo die ausschläge sind und da schauen wir jetzt ob wir passenderweise dann genau in der range drin sind und jetzt können wir jeden frame für frame durchgehen frame 46 aha da haben wir was aufblenden geblendet bei frame 54 und danach ist schon wieder weg dann können wir hier im prinzip auch gleich vorgehen so und jetzt frame 479 genau hier sehen wir jetzt nur die schallreflexion von der felge unten jetzt gehen wir mal wieder in die richtung halt so jetzt sind wir kurz vor dem nächsten frame frame 920 ah ja da kommt es wieder also ich habe mal gerade so eine vermutung dass ich vermute mal stark das ist oben die befestigungsschraube von der stabistütze dass die etwas lose sein könnte durch den nachlauf das ist die schrägstellung der drehachse an der vorderachse zwischen oberen drehpunkt und unteren drehpunkt verbindet sich die der vorderwagen etwas beim lenken im stand und dadurch habe ich dann dieses geräusch ja jetzt haben wir noch mal ein bisschen die frequenzen geändert wir sind jetzt wir suchen jetzt frequenzen von 5750 bis 10.550 herz weil wir vorher eben auch gesehen haben dass der ausschlag diese diese amplitude bis relativ hohe herzfrequenzen geht das heißt dass wir dann eventuell das geräusch noch besser orten könnten und wir haben natürlich jetzt auch noch mal den abstand abstand korrigiert weil wir doch relativ nah dran sind wir hatten es vorher noch auf 1,30 m es ist jetzt nicht ganz schlimm ist aber dann natürlich wichtig wenn ich wirklich die lautstärke als solches messen will uns geht es aber ja nur um den peak ausschlag von wo der herkommt wir wollen nur verorten dann ist natürlich die abstandseinstellung gar nicht so wichtig so jetzt machen wir mal nochmal dennis go ich denke wir haben wieder genügend ausschläge die können wir jetzt im prinzip schon mal auswerten so kurz vor den hin und dann schauen wir mal ob wir was finden ja also wir haben hier auch wieder genau hier dran direkt hinter der bremsscheibe quasi den größten ausschlag und wenn ich da rein leuchte direkt hinter der bremsscheibe haben wir nämlich tatsächlich die obere befestigung von der stabi strebe am federbein also hier könnte es locker sein und dann durch die verbindung immer zu einem losbrechmoment kommen und dieses losreißen dieser einer schraubverbindung die nicht ganz fest ist das führt dann immer zu einem knacksen oder ein rattern zum beispiel das ist nichts anderes wie eine wiederholte ein wiederholtes losbrechmoment und eine wechselhaft eine wechsel wechselung eine schnelle wechselung zwischen haft und gleitreibung und hier haben wir nur einen einmaligen wechsel zwischen haft und gleitreibung das wir dann als knacksen wahrnehmen und jetzt leuchten wir mal mit der taschenlampe rein ja genau da wo ich jetzt hin leuchte das ist die obere befestigungsschraube von dem frontstabilisator beziehungsweise von der koppelstange pendelstütze stabi strebe wie auch immer es heißt es gibt unzählige synonyme im werkstattalltag aber es ist im prinzip alles richtig die koppelstange verbindet das federbein beziehungsweise irgendeinen querlenker der wirklich mit geht mit dem rad mit dem eigentlichen stabilisator ja was ist der stabilisator überhaupt für was braucht man den also in erster linie ich sage es immer zu den kunden so damit du nicht um die kurve fährst wie mit einer ente also sprich mit einem situen 2 cv der hat nämlich sowas definitiv nicht der stabi verbindet quasi die rechte federung mit der linken federung und umgekehrt wenn ich jetzt um die kurve fahre dann habe ich eine gewisse rollneigung oder einen kippmoment das fahrzeug will zur kurven äußeren seite rüber kippen wenn ich dieses kippmoment habe will ich das unterdrücken weil das fühlt sich einfach ungut an gerade bei höherbauenden fahrzeugen suvs und co da ist es nämlich dann ganz extrem je höher der schwerpunkt ganz klar umso eher umso größer die kippneigung oder rollneigung sagt man eigentlich im fahrwerksjargon jetzt ist es so wenn die seite einfedert also ich fahre eine linkskurve die seite federt ein und die seite federt ja dann gleichzeitig aus das heißt der stabilisator verdreht sich der verbindet die rechte fahrwerkseite mit der linken fahrwerkseite und hier das ist im prinzip federstahl der will sich eigentlich nicht verbiegen so ich sage jetzt mal die ersten ein zwei zentimeter das geht ganz gut aber danach je größer je mehr er sich verbiegen will linear umso mehr kraft wird benötigt und das soll eben der stabilisator verhindern dass die rollneigung im fahrzeug zu groß wird damit man nicht sehkrank wird und dann zum schluss noch eine kotztüte braucht gerade bei den vorpassagieren kann das oft der fall sein wenn das fahrwerk insgesamt auf der hinterachse zu weich ist tesla model s fahrer der ersten generation die werden das kennen tesla hat damals die ersten model s die auf markt kamen ohne heckstabilisator ausgeliefert bis auf die p85 plus die hatten von haus aus ein steiferes fahrwerk was sich unterschieden hat zwischen durch einen heckstabilisator und eben auch eine andere dämpfer kennlinie bei den fahrwerks federbeinen genauso den gleichen fehler in anführungszeichen macht tesla jetzt momentan wieder bei den sr plus aus amerika die mit dem leichteren lithium-ionen akku geliefert werden ja ein lithium-eisenphosphat ist auch ein lithium-ionen akku das weiß ich aber ein lithium-eisenphosphat unterscheidet sich durchaus signifikant deswegen der sr plus aus china der hat in der regel den lfp akku und der ist wesentlich schwerer deswegen hat tesla hier auch an der hinterachse wieder den heckstabilisator eingebaut der ist auch irgendwo zwingend notwendig weil gerade hohe geschwindigkeiten da kommt das fahrwerk ganz ganz schnell im grenzbereich und german autobahn ist doch relativ einzigartig auf der welt ich finde es schade dass tesla hier den fehler gemacht hat man kann bei mir natürlich den heckstabilisator nachrüsten lassen mit einem tesla original stabilisator so dass das dann auch wieder gegeben ist voraussetzung dafür ist natürlich ihr habt gar keinen drin ja wir werden das jetzt noch mal weiter eruieren jetzt ab auf die hebebühne und jetzt schauen wir mal wie weit wir die schraube eventuell noch nachziehen können ja bei das bei der schadensfeststellung von solchen fehlern interessiert mich natürlich auch immer die fahrzeug historie ich weiß jetzt in dem fall erstmal nicht viel von dem auto aber ich weiß so viel zum beispiel hier die mittlere befestigungsschraube von dem underbody shield die ist im prinzip die hat erst einmal schon gefehlt und jetzt sieht man hier dass da tatsächlich noch ein stück ein rest von der schraube drin steckt vermutlich hat tesla weiß aber nicht hundertprozentig hier schon mal hand angelegt weil ab werk ist es sicherlich nicht so und wir sehen hier auch relativ viel so wachs öl ich weiß nicht was das sein soll genau das müssen wir jetzt noch mal genauer eruieren und hier sehen wir auch jede menge so komische ölpumpe das ist natürlich relativ wahrscheinlich man sieht auch zum beispiel hier an der an dem schrauben kopf an der seite im moment mal so dass die schraube auf jeden fall schon schon mal betätigt wurde und durch diese seitlichen abnutzungsspuren ist es schon wahrscheinlich dass man hier einfach mal irgendwie vielleicht die komplette vorderachse heraus gebaut hat oder irgendwas anderes vielleicht hat er mal eine neue drive unit gekriegt das weiß ich jetzt alles nicht deswegen habe ich jetzt da momentan im dunkeln aber solche indizien helfen mir natürlich immer bei der ich sage jetzt mal so wahrscheinlichkeitsberechnung eines fehlers wie wahrscheinlich ist es wenn das ganze noch serienmäßig fest ist dass das jetzt auf einmal locker ist eigentlich relativ unwahrscheinlich wenn aber schon mal eine werkstatt der hand angelegt hat dann ist es auf einmal sehr wahrscheinlich deswegen schauen wir jetzt einfach mal die untere und die obere schraube und ziehen mal nach wie viel wir da eventuell nach ziehen können schlüsselweite 18 haben wir und da schauen wir jetzt einfach mal wie viel da noch geht also hier ist es schon ziemlich fest und jetzt schauen wir da nach oben wir müssen unseren fehler eventuell woanders suchen also beide schrauben sind ziemlich fest und jetzt gehen wir einfach mal am fahrwerk alle schrauben durch und wir machen mal die räder und ja leute ihr seht hier schon zwei sandsäcke beziehungsweise ist das jetzt strahlgut das nehmen wir sonst eigentlich auch immer zum beispiel für die sitze zum belasten als simulation eines fahrgastes zum beispiel beim achs vermessen der kunde hat auch ausgesagt vorzugsweise tritt auf wenn mehrere personen im fahrzeug sind wenn er alleine sitzt ist es weniger oft als wenn jetzt zum beispiel er und seine frau gleichermaßen drin sind wir haben das gleiche jetzt auch er erst erlebt wir wollten unten auf die achsmessbühne fahren und dann mit der soundkamera das ganze von unten filmen weil die stabi strebe hat sich als nicht ursächlich herausgestellt jetzt müssen wir natürlich weiter gucken wir können es leider nicht von unten filmen weil das problem ist der reifen würde also auf den drehplatten funktioniert gar nicht wir brauchen eine belastung auf der vorderachse also gewichtsbelastung und natürlich auch der kunde sagt ja es ist vorzugsweise beim rangieren im stand oder beim sehr langsamen fahren das heißt wir brauchen eine belastung auf dem reifen beziehungsweise einen untergrund mit einem hohen reibwert selbst wenn wir bei der achsmessbühne dann nur auf die stahl fahrschienen fahren haben wir zu wenig reibwert wir haben jetzt leider gottes kein schleifpapier das wir auf den auf die stahl schienen aufkleben können aber werde ich mir für solche sachen in zukunft auf jeden fall notieren und dann machen wir da auf jeden fall zwei fahrschienen voll mit so einem sandpapier dass wir einen richtig krassen reibwert haben damit wir bei sowas dann auch von unten auf fehlersuche gehen ja nachdem sich die stabi stütze nicht bewahrheitet hat wir haben wir jetzt 50 kilo gewicht der dennis sitzt im fahrzeug und wir können es am besten und am lautesten ist wenn sich jetzt noch jemand zusätzlich hier quasi drauf setzt dann ist es richtig laut dennis mach mal und das kuriose ist ich habe jetzt alle gelenke mal wirklich mich fast schon halb drunter geflaggt während man das lenkrad dreht bitte aufpassen wenn ihr sowas macht auf jeden fall ganz langsam nur bewegen die ersten paar male nicht dass ihr euch eure finger irgendwo ein quetscht weil derjenige der drin sitzt der merkt nicht ob da ein finger dazwischen ist oder nicht der ist einfach platt also hier bitte wirklich aufpassen bei solchen sachen am besten lasst ihr sowas einfach gleich den profi suchen dann habt ihr auch eine bessere gewissheit dass es dann wirklich auch das teil ist oder sonst irgendwas und lauft nicht die gefahr das ganze dass ihr euch verletzt dabei ja jetzt müssen wir das irgendwie auf die kette kriegen dass das dass das der kilian heute mein kameramann sich hier drauf setzt und gleichzeitig mich filmt wie ich mit der soundkamera das fahrzeug filme wie ich drauf komme dass wir von innen noch mal rein filmen mein verdacht ist dass die hinteren befestigungsschrauben des vorderachskörpers eventuell etwas lose sind und durch die lenkung die ja auch auf dem vorderachskörper drauf montiert ist oder drauf festgeschraubt ist verbindet sich jeder vorderachskörper egal ob stahl oder aluminium einfach um ein paar hundertstel bis zehntel millimeter das ist spurtechnisch gar nicht relevant weil sie nur beim lenken ist aber wenn hier eine schraube nicht hundertprozentig fest genug ist dann kann es eben zu so einem losbrechmoment kommen und das wollen wir jetzt überprüfen ja kilian das wird jetzt interessant filmen man fühlt den schlag auch richtig in der karosserie im längsträger ich versuche mal noch näher hin zu gehen aber es wird wahrscheinlich nicht immer was helfen das problem ist an der soundcam dass die relativ groß ist also der schirm hier ist relativ groß wenn ich jetzt so nah hinkomme dass ich nur hier in dem bereich filme habe ich natürlich nur 20 kriegt mikrofone und nicht alle deswegen müssen wir immer komplett so drauf halten ja aber ich bin relativ zuversichtlich dass das die befestigung vorderachskörper zum längsträger ist also wir haben den peak über drei bis vier frames frame 1 frame 2 frame 3 frame 4 frame 5 ja und jetzt schwächt es wieder ab und es kommt so ziemlich von hinten also was man hier sieht ist zum beispiel die antriebswelle die geht hier vorne vorbei fast parallel zu diesem kühlwasserschlauch hier und da wo man jetzt hier haben wir den peak hier haben wir allerdings einen vorher ausgelösten peak und der vorher ausgelöste peak das zeige ich euch hier das ist hier an der anderen befestigungsschraube das ist hier hier geht eine säule hoch zur befestigungsschraube und hier hinten ja also ich würde jetzt mal sagen fehler fast zu 100 prozent gefunden wir werden das natürlich jetzt im zuge der ziehverlegung sowieso nochmal nachkontrollieren wir haben nämlich durchaus immer wieder auf modell 3s die vom sturz links und rechts her überhaupt nicht passen das liegt dann meistens daran dass entweder die gummibuchsen lager dass die etwas schief sitzen beziehungsweise die schrauben natürlich nicht zentral im loch angeordnet sind ich habe immer eine ungefähr halben millimeter größeres loch wie schrauben außendurchmesser ist sonst müsste ich ja die schraube mit dem hammer rein klopfen ansonsten hier auf jeden fall noch mal den vorderachskörper nachziehen so jetzt wollen wir unsere vermutung mal überprüfen ob das eventuell an diesen los schrauben hier liegt eins zwei drei und hier oben ist die vierte und das ist natürlich essentiell wenn die lenkung richtig arbeiten muss das heißt am meisten muss eine lenkung immer dann arbeiten wenn ich im stand lenke wenn natürlich der reifen sich gar nicht drehen will so ich habe jetzt mal den drehmomentschlüssel auf 120 newtonmeter eingestellt so wie es von tesla normalerweise auch empfohlen wird viel höher darf man nicht gehen weil es sind zwar 10.9er schrauben die machen aber bei 140 newtonmeter schon langen hals für die maschinenbauer unter euch da wird tesla wohl vom schraubenhersteller beschissen haben wir festgestellt fast alle fahrwerk schrauben ab 140 newtonmeter machen die einen langen hals eine m14 mal 2.0 also 2.0 ist die steigung 2 mm pro gewindeumdrehung steigt eine mutter zum beispiel oder kann ich die schraube dann rein oder raus drehen sollte bei 10.9er festigkeit über 200 newtonmeter aushalten der zulieferer weiß dass fast jede 10.9er m14er schraube bei tesla nur mit 115 newtonmeter angezogen wird ja ist natürlich problematisch für den zulieferer toll aber meines erachtens sind das 8.8er schrauben mit 10.9 deklariert ist natürlich jetzt in dem sinne kein direkter sicherheitsmangel aber ich finde wo 10.9 draufsteht muss auch 10.9 drin sein und das geht nicht so jetzt fangen wir mal mit der schraube von der schubstange an 120 newtonmeter bewegt sich nichts jetzt allgemein die befestigungsschraube bewegt sich auch nichts jetzt haben wir noch hier eine 12er schraube mit einem 15er schlüssel mit einer 15er schlüsselweite jetzt schauen wir hier noch mal was da eventuell möglich ist so dann müssen wir jetzt natürlich mit dem drehmoment runter gehen mit einem 12er 100 newtonmeter macht die locker mit dann schauen wir mal aha oh ok das ist jetzt echt krass die ist auch nicht viel besser gehen wir mal runter normal eine 12er schraube die hält auch wenn sie wenn 10.9 draufsteht schauen wir mal ja es steht 10.9 drauf schwer zu erkennen aber ja steht drauf ja sollte eigentlich auch ganz locker 120 newtonmeter mitmachen ich gehe jetzt mal wirklich runter auf 80 newtonmeter aber das ist schon echt das niedrigste der gefühle aber hatte die nicht vorher so jetzt schauen wir mal an der anderen befestigungsschraube das ist diese hier ob die wenigstens 80 newton hat ok jetzt hat sie 80 nachdem ich 60 grad nachgedreht habe mindestens 60 grad ja das kann natürlich ganz leichter fehler sein ja ich würde jetzt das video ganz gern noch bis zum ultimo weitermachen aber bei uns haben wir natürlich immer das problem das auto muss auch fertig werden und eigentlich haben wir gesagt bis 14 uhr oder sowas ist das auto fertig mit der kompletten tieferlegung wir müssen vorne zwei neue querlenkerbuchsen reinbauen und natürlich alle vier federn ersetzen und vorne müssen wir dafür die ganzen federbeine entnehmen die querlenker und so weiter und so fort da müssen wir das auto noch achs vermessen ich kann leider gottes nicht immer bis ultimo jede genaueste sache ausreizen ich weiß ihr würdet es gern sehen aber es geht nun mal einfach nicht ich habe ja meine arbeit hier in der werkstatt auch noch ja wenn euch das video gefallen hat lasst gerne ein like da abonniert meinen kanal dann seht ihr werdet ihr auch immer werdet ihr immer benachrichtigt wenn wieder so kuriose sachen im werkstattalltag vorhanden sind in der regel geht es meistens um tesla ich weiß solange keine anderen wenn ich kein polestar bekomme kann ich kein video über ein polestar machen aber für nächstes jahr steht schon ein termin bereit mit dem polestar 2 und was soll es anderes gehen als ums fahrwerk ja ansonsten wir machen jetzt erstmal die tieferlegung und werden nachher nochmal ganz kurz ein checkup machen ob das geräusch jetzt weg ist oder immer noch da ist ja jetzt haben wir eigentlich sind wir langsam überall durch also stabi stütze war es nicht waren die schrauben fest vorderachskörper ja die waren nicht wirklich fest die waren es aber letzten endes auch nicht jetzt habe ich noch einen verdacht geäußert eventuell hier die oberen querlenker da wurde ja teslas super duper rückrufaktion schon gemacht die schmieren das da oben das traggelenk hier oben zu mit dichtmasse weil oben an den traggelenk kappen läuft wasser rein und dann fangen die alle an zu knarzen wie so eine alte kutsche kann man aufspritzen aber letzten endes das problem ist wenn er einmal geknarzt hat muss man eines wissen dann ist das gelenk schon beschädigt was bleibt jetzt noch übrig also der den habe ich so ein bisschen in verdacht aber nicht viel jetzt haben wir nochmal mit der soundkamera geschaut mir ist auch durchaus bekannt dass ganz gern mal die radlager beim modell 3 zum knaxen anfangen sowohl hecktriebler als auch allradversionen warum es sind effektiv die gleichen radlager die allradversion hat halt nur eine durchsteckvorrichtung bei dem hecktriebler ist das vordere radlager ist halt einfach nicht durchschiebbar also nicht zum einführen der antriebswelle geeignet theoretisch könnte ich aber auch ein allradradlager beim hecktriebler vorne einbauen das wäre überhaupt kein problem das sind sogenannte kompaktlager da ist radlager nabe und gehäuse fürs radlager ist alles mit dabei ist mit drei schrauben am achsschenkel befestigt wie ich jetzt aufs radlager komme wie gesagt das problem ist kein unbekanntes in der regel knaxen sie etwas leiser nicht ganz so laut wie der jetzt wir haben nochmal eine neue soundkameraaufnahme gemacht und hier sieht man ganz deutlich 1144 frame 1145 hier sehen wir dass das geräusch tatsächlich von überall kommt hier sieht man es eben auch wieder abeppen wir können dann eins weiter vor gehen so jetzt lasse ich einfach das ganze mal durchspielen und zack da war es also auch hier wieder als wenn das Hitzeschutzblech hinter der Bremsscheibe das ganze Geräusch verstärkt und das Hitzeschutzblech ist tatsächlich das Teil was am nächsten am Achsschenkel also über den Achsschenkel zum Radlager hin wandert als nicht bewegtes Teil als bewegtes Teil ist natürlich die Bremsscheibe am nächsten dran das kommt jetzt immer darauf an wo es knackst also knackt es im statischen Teil vom Radlager oder knackt es im beweglichen Teil wir werden jetzt erstmal unsere Arbeit zu Ende führen wir haben ja jetzt auf diesem Wege auch natürlich Tesla Nachweis erbracht dass das Problem schon vorher bestanden hat vor der Tieferlegung und ja jetzt machen wir erstmal die Achsvermessung Radlager und so weiter haben wir auf Spiel geprüft es ist kein Spiel feststellbar das heißt es ist jetzt auch nicht relevant für die Achsvermessung wir machen jetzt eine und danach bauen wir das ganze nochmal raus wir haben natürlich neue Radlager auf Lager und werden einfach spaßhalber jetzt mal ein neues Radlager einbauen und schauen ob es dann weg ist wenn es dann weg ist Ausschlussmethode dann haben wir den Fehler eindeutig gefunden ja nachdem wir die Tieferlegung und die Achsvermessung jetzt fertig gemacht haben ist das Knacksen leider immer noch da ihr hört es im Hintergrund es ist nach wie vor da also es lag nicht an der Tieferlegung so viel ist schon mal sicher wir hatten ja vorher die Vermutung geäußert dass es eventuell am Radlager liegen könnte wir haben natürlich eins hier liegen und der Kunde hat gesagt also es kostet um die 180 Euro rum die Arbeit zugunsten des Videos schenken wir ihm jetzt und der Dennis baut jetzt für uns einfach mal ja er schaut mal ob er das Radlager wenn er das rein kriegt ob es dann weg ist und manchmal können auch wir nicht mehr als Trial and Error wenn es das natürlich nicht war kriegt der Kunde sein altes Radlager wieder und dann bauen wir das wieder ein so was machst du denn da gerade genau ich mache jetzt bei dem Model 3 mit dem Knackgeräusch das Radlager dazu muss erstmal die Bremsanlage ab weil es ja ein Performance ist und der hier eine schwimmend gelagerte Bremsscheibe hat ist halt wichtig dass man nicht wie bei normalen Autos oder anderen Modellen jetzt hier rangeht und einmal an einer Bremsscheibe einlegen das ist hier ein No-Go das heißt wenn man einlenken will am Bremssattel und am Spurstandenkopf anfassen weil man ansonsten eben Gefahr läuft dass man danach einen Schlag in der Bremsscheibe hat was dann beim Bremsen zu einem Flattern führt genau Bremse muss weg dann habe ich hier die Zentralmutter von der Radnabel von der Antriebswelle schon entfernt die drücken dann nachher ein Stückchen rein damit ich von hinten an die Radlagerschrauben rankomme und das ist es eigentlich kein Hexenwerk super ich sehe die Bremsscheibe ist schon unten genau die war auch wirklich sehr sehr schön abzunehmen nicht fest gegammelt also brauchte man nicht drauf klopfen gar nichts konnte man so sauber abpflücken und jetzt setze ich hier unseren Ausdrücker an um eben wie schon gesagt die Antriebswelle ein bisschen rein zu drücken und dann sind es im Endeffekt nur noch drei Schrauben die das Radlager halten dann haben wir es gleich schon in der Hand so ihr Lieben Radlager ist raus und ja normalerweise wird es jetzt weiter gehen wir würden hier die Auflagefläche ein bisschen sauber machen damit das neue Radlager dann auch wieder absolut plan aufliegt aber bevor wir das machen kommt mal ran schaut euch das mal an wir sehen wir sehen hier eine sehr schön glatte saubere Auflagefläche ebenso hier hier unten ist sie aber ein bisschen anders sieht vom Auflagebild her anders aus das haben wir uns natürlich genauer mal angeschaut weil mir ist nämlich aufgefallen beim Lösen der drei Schrauben hier bei den beiden oberen da hat mein eingebauter Drehmomentfühler hat ungefähr gesagt also die waren gut fest die waren so fest wie es gehört wahrscheinlich um die 120 Newtonmeter da musste ich ordentlich ziehen um die aufzukriegen bei dieser hier aber nicht die war locker halb so fest und das wird natürlich dazu passen zu diesen Spuren hier dass das hier ein bisschen Korrosion entstehen konnte weil hier einfach das Radlager nicht so fest angepresst wurde und da kann es dann natürlich sein dass das schon die Ursache für unser Knacken ist wenn es gerade unter Last beim Lenken also unter Belastung von oben beim Lenken knackt kann es gut sein dass es dadurch kommt dass es eben hier arbeitet aber nichtsdestotrotz werden wir jetzt das neue Radlager verbauen wie gesagt erst sauber machen mit ein bisschen Schleifpapier den Schmutz weg dass es eben wieder absolut plan aufliegt und dann wissen wir bald mehr bevor ich die Bremsscheibe jetzt wieder montiere Radlager ist ja schon drin wie ihr seht wollte ich euch nochmal kurz die Besonderheit hier dran zeigen das ursprüngliche Patent oder Prinzip kommt von Mercedes und hier könnt ihr eben sehen dieser Blechtopf mit den Wellen hier nochmal von außen da kann die Bremsscheibe in axialer Richtung eben ein bisschen schwimmen das ist im Übrigen auch der Grund warum die Performance Modelle die Alufelgen Einpresstiefe ET35 haben und die Non-Performance 40 weil nämlich dieser Blechtopf hier nur 3mm stark ist und die Gussbremsscheiben bei den Non-Performance Modellen die haben hier vorne an der Auflagefläche eben eine Stärke von 8mm so und jetzt schrauben wir sie mal wieder an wir sitzen beide wie ihr seht hier in der Frunkwanne der Dennis hat noch einen Co-Piloten das war ein 35kg Ausgleichsgewicht für die Achsvermessung und der Dennis hat auch noch seine 70kg sage ich jetzt mal vorsichtig Dennis ein 10er darf ich draufschlagen ok ein 10er darf ich draufschlagen hat er gesagt ok dann hat er 80 also mehr Belastung kriegen wir jetzt wahrscheinlich nicht auf die Vorderachse also es sei denn temporär natürlich bei Bodenwellen aber der Dennis lenkt schon die ganze Zeit links und rechts und ja ich würde sagen Reparatur zu 100% erfolgreich so einmal der Kilian ich war hier gesessen Co-Pilot vom Dennis und der Dennis jawoll ich würde sagen perfekt freut mich riesig jawoll war jetzt nicht ganz so einfach die Fehlersuche ihr habt ja gesehen mit der Soundcam wir waren da relativ lange dran ist natürlich auch eine fiese Geschichte manchmal überträgt sich der Schall gerade wenn es jetzt durch so starre harte metallische Körper durchgeht Stichwort Körperschall da ist es schwer zu lokalisieren und dann müssen wir halt wie in jeder Werkstatt eigentlich auch irgendwann muss man dann halt auch mal trial and error machen war jetzt unser first try first hit hat gleich geklappt war gleich das Radlager freut mich riesig macht mich richtig glücklich wenn wir sowas dann finden warum wir jetzt das Radlager trotzdem neu gemacht haben zum Beispiel aus meiner Zeit bei Opel Corsa D GSI OPC da gab es mal eine Geschichte dass die Radlager im Werk nicht gleichmäßig oder beziehungsweise nicht über Kreuz festgezogen wurden fünf Schrauben muss man die Anzugsreihenfolge einhalten wie beim Rad eigentlich auch es hätte ja sein können dass durch die nicht festgezogene Schraube dass sich das Radlagergehäuse eben verzogen hat so wie eben damals bei den Corsa das passiert ist deshalb bevor wir uns da jetzt noch ein Ei ins Nest legen haben wir gesagt Radlager machen wir neu dann sind wir auf der sicheren Seite ja wie gesagt Geräusch ist weg wir sind alle happy der Kunde dem werden wir gleich die frohe Botschaft überbringen und ja dann würde ich sagen wenn es euch gefallen hat das übliche liken abonnieren immer gerne freut uns dann und wenn ihr mehr sehen wollt herzlich gerne bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal